die polizei ist wie immer am start wenn gleich hier wir fahren jetzt gut ich wollte mal ein bisschen die action am sonntagmorgen hier einfangen 11.11 also heute sehr grauer himmel ich bin heute mit dem boot roller mal hier hochgefahren der kommt hier vor hier oben abgestimmt und keine sonne leider in sicht ich denke das unter den wolken ich kaufe allen jetzt gut ich kaufe halbdienst um zu schlafen ein paar anstrengende schichtgässern so mit den kids aber eigentlich auch noch nicht ich kaufe wieder spätschicht du musst nur so da sein und ich finde auch heute gar nicht lange ich bin schon ein Wörter wünschen ich gehst nochmal bei EKU den Buster holen mit dem Frühstück ansonsten ich muss hier mal ganz gerne so die Übersicht mal haben über Berlin müssen die Aussicht genießen also ich merke mich später ciao ciao ciao